Orientiert euch da nicht an dem Boss mehr, weil, ja, der steht halt maybe nicht ganz, nicht ganz perfekt. Der ist nicht so weit in. Aber es ist интересlich. Es ist Link safe Let's see I'm enden dann mit Pairs oder Light Parties Wir merken uns Light Parties D.D. ist gleich nicht so weit in Es ist am Ende Light Parties Sehr gut Awee Und dann Plattform Gibt es meinen Stein stark Katze Katze will rein in ihrem Spezial angekoren Das gibt's ja nicht Sie hat den Ring zerbrochen Ah, habe der Ring getrepariert Und das mitten im Kassel Es ist kein Knockback, auch die Blood Regen Sieht so aus, wie wir das immer zuerst Supporter wären Es ist kein Knockback Artemis und ich haben gleich Knockback Ja, es kann sein, dass es hier mal Geht gleich dahin, wo Artemis ist, dann könnt ihr hier stehen bleiben Kommst du noch da weg? Ja Eins sind es, also Tankbuster kommt noch und danach die richtigen Platten, also die richtigen Marker schon angucken In Light Partys, wo ihr hin wollt Akashas Gruppe guckt 1 und 2 an, die andere Gruppe 3 und 4 Und dann auch die richtigen Marker, der es schneller geht, Knocken lassen Sehr schön Jetzt kommen wieder die Clown Clusterfuck Hinter den Marker Sie geht nach rechts Hinter den Marker und nach rechts Guckt, wie sie sich gleich dreht, die Ds gehen nicht so weit nach innen Die Ds nicht so weit in, guckt, wie sie sich gedreht hat Schautet nach links Jetzt beides auf der Beides hier auf der Seite Je nachdem welcher Clown Erst hinter den Marker, Akashas Gruppe nach Süden Akashas Gruppe nach Süden Hinter den Marker Und danach, nach dem Hit auch durchlaufen Durch So und jetzt kommen alle hier nach Süden Und ihr müsstet ihr um dieses Viereck spielen Und wir gucken, ob die Ds oder ob die Tag Sealer Geht auf eure Position erstmal Inter Cardinal am besten Und die, die jetzt den Marker bekommen, gehen nicht in die Cardinals Ohne Marker, gehen Cardinals Ohne Marker, Supporter Cardinals Ds ein bisschen weiter raus Und Wechsel Entschuldigung Ds bleiben einfach am Boss und die Ds Wegen dem Tornado Ich weiß nicht, ob der Tornado cleave Ja, ein bisschen Sehr schön, aber gespielt Sehr, sehr, sehr gut Aoe, Aoe Ich hab nix dafür, ich mach dir Und dann kommt wieder Form Plattform Tanks gehen ganz nach rechts Ds gehen ganz nach Tanks gehen ganz nach links Ds ganz nach rechts, sorry Guck bitte den Klon an Ich kann das schlecht Jetzt alles gleichzeitig callen Was der macht Hand hinter Also hinterm Rücken ist Er schlägt auf die Plattform Es ist ein Knockback Es ist Tanks nach links, Ds nach rechts Giler Mitte Es ist ein Dunk Es ist wieder Tanks links, Ds rechts Giler Mitte Jetzt kommt nur noch zweimal Stack Jetzt kommt nur noch zweimal Stack Es ist ein Knockback Wir bleiben hier oben Wir bleiben bei A, B Nimm ich so hin, dass ihr bleiben könnt Und jetzt kommt ein Dunk Du musst kein Knockback Du musst auf die Plattform Ach so, kein Knockback, ok Dann müsst ihr auf die Runde Alle rüber, alle rüber Und wieder ein Stack Tank Buster Und danach guckt wieder eure passenden Marker an 1 und 2 für Akashas Gruppe 1 und 2 für Akashas Gruppe Ah, danke, Tari Oh, bo Ganz vergessen Zu dem schnellen Knocken lassen So, jetzt geht Akashas Gruppe auf B Und Artemis Gruppe auf D Für die Light Party Scheiße Oh, du betöten es war Wir können ihn jetzt Opener kommt Nice Einfach letzte Bichernik skippen Die letzten beiden Okay, Herr Stilte